Gut, wir sind im zweiten Buch Mose in den Rechtsvorschriften Gottes, die er für sein Volk festgelegt hat. Die Rechtsbestimmungen, die sozusagen den Richtern in Israel eine Richtschnur geben sollten für die Anwendung des Gesetzes, des Gebotes, der Gebote. Gott hatte zehn Gebote gegeben für sein ganzes Volk. Aber wie das so ist, wenn man anfängt ein Gemeinwesen zu führen, am Anfang ist der Gesetzeskorpus noch relativ klein und dann tauchen alle möglichen Fragen auf. Alle möglichen und unmöglichen Lebenskonstellationen, wo man sich dann fragt, wie sollen wir jetzt damit umgehen? Also da steht zwar das und da steht zwar das, aber was bedeutet das in diesem speziellen Fall jetzt hier? Und ja, Gott hat in weiser Voraussicht seinem Volk eine ganze Reihe von Rechtsbestimmungen mitgegeben, um ihnen dann das, um den Richtern dann das Richten zu erleichtern. Und damit offenbart er auch seinen Willen für das Volk Israel. Aber es wird auch in diesen Rechtsbestimmungen Gottes Charakter offenbar. Es wird offenbar eigentlich auch noch mehr bis dahin, dass diese Verse eine tiefere prophetische Bedeutung haben. Wie Jesus später gesagt hat, die Schriften, sie sprechen von mir. Und das ist etwas, was wir auch bei Paulus finden, was wir heute nochmal sehen werden an einer bestimmten Stelle, dass er das Wort, was Mose geschrieben hat, auf Christus hin deutet. Und natürlich müssen wir dabei ein bisschen aufpassen. Es gab Zeiten in der Kirchengeschichte, wo das, sag ich mal, fast mit jedem Wort des Alten Testaments gemacht wurde und die Deutungen dann teilweise doch ziemlich Hanebüchen sind. Aber tatsächlich sehen wir bestimmte Aspekte des Wesens Christus, des Christus wirklich auch hier in den Gesetzen. So wie wir das letztes Mal gesehen haben, in diesem Sklaven, in diesem Diener, der freiwillig aus Liebe zu seinem Herrn bereit ist, sich in den Dienst hinein zu binden. Und nicht nur aus Liebe zu seinem Herrn, sondern auch aus Liebe zu seiner Frau und seinen Kindern. Und ja, ich finde es erstmal interessant, dass diese Rechtsbestimmungen hier mit dem Thema Sklaven anfangen. Es hat natürlich einen Bezug zu dem, was auch in den Zehn Geboten steht. Was steht da nämlich am Anfang? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Sklavenhaus aus Ägypten herausgeführt hatte. Das Thema Sklaven steht am Anfang. Und worum es geht, ist erstmal die Befreiung aus der Sklaverei. So wie es beim Sabbat der Fall ist, am siebten Tag. Auch die Sklaven sollen ruhen, am siebten Tag. Und am siebten, siebten Jahr sollen die hebräischen Sklaven freigelassen werden. Weil sie zur Freiheit berufen sind. So sagt Paulus das. Ihr seid zur Freiheit berufen. Lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Und dann aber wieder diese Wendung. Aber dann einer, der sich freiwillig in den Dienst des Herrn begibt, sich dann aber verpflichtet, Diener, Sklave zu sein. Scheinbar sind diese ganzen Regelungen und Gesetze, wenn man sie wortwörtlich, buchstäblich nimmt, so fern von unserer Lebensrealität. In bestimmter Weise, habe ich letztes Mal gesagt, ist das gar nicht so sehr der Fall, wenn wir nämlich an das ganze Thema Schulden denken und Schuldenerlass und Insolvenz. Es ist ganz interessant, dass das in Deutschland tatsächlich, ursprünglich waren es sechs Jahre, diese Phase des Wohlverhaltens galt, wo sozusagen dem Schuldner ein Existenzminimum zugestanden wird und er alles, was darüber hinaus an Einkünften kommt, seinen Gläubigern zukommen lässt. Ein Stück Schuldknechtschaft. Sechs Jahre und dann frei. Heutzutage haben sie, glaube ich, die Fristen ein bisschen gekürzt teilweise. Ja, wie gesagt, diese Regeln hier, die Gott für das Thema Sklaven, es liegt uns so fern. Aber damals war es Gang und Gebe. Sklaverei war ein Thema. Knechtschaft war ein Thema. Warum hat dann Gott nicht von Anfang an, wenn er eigentlich doch gegen Sklaverei ist? Gott will doch, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist und jeder Mensch frei ist und niemand ist Knecht als nur der Knecht Gottes? Warum sagt er nicht von Anfang an, hey Leute, Sklaverei, das war gestern, heute gibt es keine Sklaverei mehr. Es gibt ein anderes Thema, wo Gott, wo Jesus uns das eigentlich erklärt. In Matthäus 19. Und zwar macht er es uns deutlich am Thema Scheidung. Wie die Gesetze in diesen Rechtsvorschriften, in diesen Rechtsbestimmungen, ja teilweise auch zu verstehen sind. Wir denken bei diesen Rechtsbestimmungen, bei den Geboten, bei den Gesetzen immer an Qual, an Last. Irgendwie, ja das macht das Leben schwer. Ja, Jesus sagt eigentlich was ganz anderes. Und das finden wir auch überall in den Predigten von Jesus, in der Bergpredigt zum Beispiel. Er sagt, zu den Ereignis gesagt, ich aber sage euch. Und was macht Jesus da? Er verschärft die Gesetze. Er macht es eigentlich noch schwerer. Und daran wird deutlich, dass diese Rechtsbestimmungen es uns eigentlich leichter machen. Und so sagt er das hier. Sie fragen ihn über die Ehe. Und Jesus antwortet und sagt über die Scheidung. Also sie fragen ihn, nach der Scheidung darf man das aus jeder beliebigen Ursache machen. Und er antwortet in Vers 4. Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach? Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Seine Aussage ist, Gott hat am Anfang es anders geplant. Er hat es so geplant. Er hat einen Mann geschaffen und eine Frau geschaffen, sie zusammengefügt und hat gesagt, sie sind jetzt ein Fleisch. Und Jesus legt das dahingehend aus, dass er sagt, Scheidung ist gar nicht möglich. Ist nicht vorgesehen. Dann fragen sie ihn natürlich, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Was soll das denn, Jesus? Mose hat doch darüber gesprochen. Er hat doch geboten, dass wir einen Scheidebrief schreiben sollen, um sie dann zu entlassen. Jesus spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshertigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Also er sagt, Mose hat gar nicht geboten, dass ihr euch scheiden lässt, sondern er hat es gestattet, dass ihr es tut. Weil er euch kennt und eure Herzenshertigkeit kennt und die Regelung mit dem Scheidebrief ist nur etwas, um dem Ganzen eine äußere Ordnung zu geben, damit es nicht völliges Chaos entsteht. Und so müssen wir das auch hier mit den Regeln zum Thema Sklaverei verstehen. Sklaverei wurde praktiziert. Es gab diese Situation mit den Schulden. Es gab diese Situation, dass Leute verarmt sind. Es gab Leute, die sich in Knechtschaft begeben haben, um irgendwie zurecht zu kommen mit ihren Schulden. Sei es, dass sie selbst verschuldet dort hineingeraten sind, weil sie nicht richtig mit Geld umgehen konnten. Sei es, dass sie übers Ohr gehauen wurden oder ausgenutzt worden sind oder wie auch immer fremdverschuldet dort hineingeraten sind. Aber am Ende ist es so, dass sie sich verkauft haben in die Sklaverei. Aber Gott hat nicht gesagt, ihr sollt euch in die Sklaverei verkaufen oder ihr sollt Leute in Sklaverei hineinnehmen unter Jochen. Das hat Gott nicht gesagt. Nein, im Gegenteil. Die Regeln, die wir dann lesen, die zeigen uns eher auf, was Gottes Herz eigentlich ist. Nämlich die Befreiung des Sklaverei. Das ist Gottes eigentliches Herz, eigentliches Ziel. Und noch weiter, das eigentliche Ziel ist die Liebe. Eine Bindung, die in Liebe geschieht. Aus Liebe heraus, freiwillig, sich zum Knecht zu machen. Das lesen wir in 1. Korinther 9, Vers 19. Paulus sagt, obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zu Sklaven gemacht. Und was tut er? Er nennt sich überall, an vielen Stellen nennt er sich Diener oder Sklave Gottes. Er hat gesagt, ich bin frei und doch mache ich mich zum Sklaven. Zum Sklaven Gottes und auch zum Sklaven, zum Diener der Menschen. Freiwillig, aus Liebe. Nicht, weil ich muss. Nicht, weil ich irgendwas, irgendwem schuldig bin. Nein, aus Liebe. Und das ist Gottes Herz. Da möchte er uns Menschen eigentlich hinbringen. So sagt es Paulus auch im Galaterbrief. In Kapitel 5. Wo er vorher sagt, wir sind zur Freiheit berufen. Lasst euch nicht wieder durch das Joch der Sklaverei belasten. In 5, Vers 1. Sagt er in 5, Vers 13. Ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Das ist Gottes Herz. Also finden wir in diesen Rechtsvorschriften, auf der einen Seite arbeitet Gott sozusagen mit den Gegebenheiten im Volk Gottes, mit dem Thema Sklaverei auf der buchstäblichen Ebene, wie sie sich halt da so darstellt. Und er zeigt dem Volk auf, das ist mein Ziel, dass die Israeliten, das ist mein Volk, dass sie nicht dauerhaft in Sklaverei sich befinden, sondern dass sie immer wieder freikommen, frei werden, los werden von der Schuldenlast. Aber dann gibt es die Möglichkeit des Dienstes aus Liebe. Und das ist das, was hier diese Verse aufzeigen. Und sie zeigen auch noch was weiteres auf. Sie betrachten, wie gesagt, die Sklaverei und hier hauptsächlich unter dem Blickwinkel des Schwächeren. Das ist was Besonderes. Wie gesagt, wenn wir das Wort Sklaverei hören oder Sklaven, dann haben wir im Sinn irgendwie diese bösen, mächtigen Herren, die die Menschen versklaven, unterdrücken, foltern, knechten, wie wir das so schön sagen, mit der Peitsche irgendwie zu schweren Arbeiten antreiben und denen es egal ist, wie es ihnen geht. Und wenn sie dabei draufgehen, ist es ihnen auch egal. Das heißt, wir sehen Sklaverei unter dieser Brille. Und ja, Sklaverei hat in der Geschichte der Menschheit auch oft so ausgesehen, genau so. Aber Gottes Wort, Gottes Rechtsordnung stehen da genau entgegen. Sie befassen sich nämlich mit dem Schwächeren, mit dem, der nicht die Macht hat und stellt hier Rechte auf und gibt den Herren, die die Macht haben, gibt ihnen Grenzen. So ist unser Herr. Und das ist die Prägung, in der wir sind, als christliches Abendland. Die Macht der Mächtigen zu beschneiden durch das Recht, das hat hier seinen Ursprung. Also, wir gehen nochmal rein in 2. Mose 21. Und wir steigen ein in Vers 7. Nachdem es also erstmal um die männlichen Sklaven ging, die, wenn sie in die Sklaverei verkauft wurden oder in diese Sklaverei hineingegangen sind, nach sechs Jahren diese Möglichkeit hatten, der Freilassung im Sabbatjahr, steht hier in Vers 7, wenn jedoch jemand seine Tochter als Sklaven verkauft, soll sie nicht ausziehen, wie die Sklaven ausziehen. Unfair, das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum diese Ungleichbehandlung? Ich habe es auch erst nicht gerafft. Ein Punkt, den ich interessant fand, den habe ich bei John Corson gehört. Wenn ein Ehepaar, eine Familie so stark in Not geraten ist, dass sie tatsächlich diesen Schritt gehen mussten, dass sie einen Sohn, eine Tochter in die Sklaverei verkaufen sollten oder mussten, dann bedeutete diese Rechtsvorschrift für die Eltern, wenn sie sich das vor Augen fühlen, sie haben einen Sohn und eine Tochter. Jetzt frage ich dich, wen der beiden Kinder würden sie wohl wählen, um sie in die Sklaverei zu verkaufen? Den Sohn oder die Tochter? Beim Sohn haben sie die Aussicht, dass er nach sechs Jahren wieder frei ist. Bei der Tochter? Nie mehr. Ich fand es ein interessanter Gedanke, dass es hier eigentlich ein Anreiz dafür ist, zu sagen, lass den Sohn in die Sklaverei gehen. Er wird wieder rauskommen. Die Tochter wird nie wieder rauskommen. Das andere ist, dass der Hintergrund dieses Verkaufs der Tochter als Sklavin, wenn wir jetzt hier den weiteren Zusammenhang sehen, dass das ein ganz anderer Hintergrund ist, als eigentlich bei den männlichen Sklaven. Es geht hier nicht so sehr um einen Arbeitsdienst, sondern es hat eher den Hintergrund der Ehe. Falls sie ihrem Herrn misst, fällt, der sie für sich vorgesehen hatte, lasse er sie loskaufen. Er soll nicht Macht haben, sie an einen Ausländer zu verkaufen, indem er sie treulos entlässt. Und falls er sie seinem Sohn bestimmt, soll er nach dem Töchterrecht an ihr handeln. Falls er sich noch eine andere nimmt, soll er ihre Nahrung, ihre Kleidung und den ehrlichen Verkehr mit ihr nicht verkürzen. Falls er aber diese drei Dinge nicht an ihr tut, soll sie umsonst ausziehen ohne Geld. Also, es ging wahrscheinlich hier hauptsächlich darum, wenn man versucht, das zu konstruieren, den ganzen Zusammenhang, den Rechtszusammenhang, dass ein junges Mädchen sozusagen schon im Vorfeld einem Herrn verkauft wurde, der Interesse daran hatte, vielleicht selber sie zu heiraten oder für seinen Sohn sie als Ehefrau zu bekommen. Und mit diesem Geld, was er dann bezahlt hat, hat er sich sozusagen das Recht an dieser Frau oder an diesem Mädchen gesichert. Sie wurde wahrscheinlich dann auch schon in das Haus hineingeführt und hat dann wahrscheinlich durchaus auch mitgedient im Haus und wurde dadurch vertraut mit dem ganzen Ablauf, wie es in diesem Haushalt, in dieser Familie zuging, bis sie in das heiratsfähige Alter gekommen ist. Das sind jetzt, sage ich mal, Überlegungen, die stehen so nicht im Text, aber es ist sozusagen Versuch einer logischen Herleitung, wie man sich das vorstellen kann hier. Das, was hier diese Rechtsvorschriften regeln, ist eigentlich das, wenn das, was hier eigentlich im Hintergrund steht, das Versprechen, was im Hintergrund steht, nämlich, dass dieses Mädchen, dann wenn sie im heiratsfähigen Alter ist, beziehungsweise, wenn vielleicht der Sohn erst ins heiratsfähige Alter kommen muss, wenn das dann nicht funktioniert. Also, im Normalfall würde dann entweder der Herr dieses Mädchen heiraten oder der Sohn würde dieses Mädchen heiraten und sie würden eine Ehe führen und alles wäre wunderbar. Wenn das aber nicht eintritt, und zwar wird hier der Fall gesagt, dass sie ihrem Herrn missfällt, dass sie, vielleicht wächst sie weiter auf und dann denkt sie, ach nee, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, die wird hübscher. Nee, so gefällt sie mir nicht. Dann gibt es die Möglichkeit für die Familie, das Mädchen wieder loszukaufen, dieser Loskauf, das Lösen, der Erlöser, der Erlöser, der kommt und das Mädchen, die junge Frau herauslöst wieder aus diesem Zusammenhang. Was er nicht machen darf, ist dieses junge Mädchen an einen Ausländer verkaufen. Und warum wäre das schlimm? weil für einen Ausländer, das Gesetz Gottes nichts gilt. Und er dieses Mädchen dann tatsächlich behandelt, wie er will. Nein, diese junge Frau soll weiterhin unter dem Schutz des Rechtes Gottes bleiben. Und falls er sie für seinen Sohn bestimmt hat, soll er nach dem Töchterrecht nach ihr handeln. Also hier finden wir auch einen Schlüssel dafür, was hier gemeint ist. Er soll sie so behandeln, wie eine Schwiegertochter. Sie soll nicht behandelt werden, wie der letzte Dreck, sondern sie soll wie eine eigene Tochter behandelt werden. Und dann wird dieser schlimme Fall schon wieder etwas, wo man sagt, ja, hat Gott sich das wirklich so gedacht? Wollte das Gott so? Und ich würde auch hier sagen, nirgendwo hat Gott gesagt, du sollst das machen. Du sollst dir noch weitere Frauen nehmen, neben der einen, die du hast. Nein, er sagt, falls er das tut, dann soll er so und so handeln. Und zwar wie? Er soll ihre Nahrung, ihre Kleidung und den ehelichen Verkehr mit ihr nicht verkürzen. So, das sagt uns eine Menge aus über die Ehe. Und über das, ja, obwohl hier von einer Sklavin die Rede ist, wie gesagt, sie soll eigentlich das Töchterrecht, sie soll das Recht einer Tochter haben. Und dementsprechend gilt ihr auch das volle Recht als Ehefrau. Und was bedeutet das? Sie hat ein Recht auf Versorgung. Sie hat ein Recht darauf, Unterhalt zu empfangen. Nahrung, Kleidung, aber auch der eheliche Verkehr. Sie soll seine Ehefrau sein und bleiben. Und wenn dann dieser Mann meint, er müsse noch eine Frau heiraten, dann soll es nicht dazu kommen, dass sie sozusagen zurückgesetzt wird. Wenn der junge Mann hier meint oder der ältere Mann meint, er hätte mit einer, er hätte so viel Geld und so viel auch Manneskraft, dass er irgendwie sich noch, dass er eine zweite voll zufriedenstellen kann. Gott lässt es zu. Es ist aber nicht so, dass Gott es gut findet. Gott hat am Anfang einen Mann und eine Frau geschaffen, nicht einen Mann und zwei Frauen oder eine Frau und zwei Männer. Das hat Gott nicht gemacht. Und es war weise, es war gut, es war sehr gut, hat Gott gesagt. Es ist sehr gut, ein Mann, eine Frau, eins, es ist sehr gut. und ich glaube, dass es hier auch eine große Hürde eigentlich gesetzt wird für diese Bigamie, für diese Viel-Ehe. Gott sagt darin eigentlich, hey Junge, wenn du ein Fleisch sein sollst mit dieser einen Frau, du kannst eigentlich gar keine zweite daneben heiraten. Du würdest auf jeden Fall etwas verkürzen. Und dann sagt er, falls er aber diese Dinge, drei Dinge nicht an ihr tut, soll sie umsonst ausziehen, ohne Geld. Sie braucht nicht freigekauft zu werden, sondern sie hat das Recht, sich scheiden zu lassen. Diese drei Dinge, die hier genannt werden über die Ehe, Nahrung, Kleidung, ehelicher Verkehr, finden wir auch im Neuen Testament. Erste Korinther 7. Und wir fangen an in Erste Korinther 6. Und ich habe das auch schon das ein oder andere Mal in der Vergangenheit darüber gesprochen und tut mir leid, wenn ich Dinge wiederhole, aber Gott wiederholt Dinge und vielleicht ist es wichtig, dass wir uns diese Dinge vor Augen führen. Paulus geht es um das Thema Unzucht, es geht um den, um unsere geschlechtliche Identität als Mann beziehungsweise als Frau und wie wir damit umgehen, mit unserer Leiblichkeit. Und er sagt, der Leib ist nicht für die Unzucht, für die Hurerei, sondern für den Herrn. Das ist interessant. Er sagt nicht, der Leib ist nicht für die Unzucht, sondern für die Ehe, sondern er sagt, der Leib ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn. Das ist das Erste, was er sagt. Unsere Identität als Mensch, auch unsere leibliche Identität, bedeutet, dass wir dem Herrn angehören, dass wir ein Teil des Leibes Christi sind, ein Glied am Leib Christi. dass wir im Geist mit ihm verbunden sind, so wie Mann und Frau. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und dann sagt er in Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Guckt mal, wie relevant das Thema Sklaverei heute für uns als Christen ist. Du gehörst nämlich nicht dir selbst. Ich gehöre nicht mir selbst. Dieser Körper gehört nicht mir selbst, sondern wem gehört das? Steht hier. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Christus hat uns erlöst, herausgeholt aus einer furchtbaren Sklaverei. Er hat uns frei gekauft. Für sich. Wir gehören ihm. Er hat bezahlt mit seinem Blut, mit seinem Leben. Jetzt gehören wir ihm. Wir gehören nicht uns selbst. Wir gehören ihm. Und das haben, wie gesagt, die Jünger verstanden, die Apostel verstanden, wenn sie sagen, ich bin ein Sklave Christi, sagt Paulus. Ich bin ein Sklave Christi. Ich gehöre nicht mir selbst, sondern ich gehöre meinem Herrn. Aber wie wir letztes Mal gesehen haben, es ist ein Herr, den du lieben kannst, der liebenswürdig ist, der anbetungswürdig ist, dem es eine Freude ist zu dienen. Aus Liebe, weil ich meinen Herrn liebe, diene ich ihm, freiwillig. Deswegen, ich gehöre nicht mir selbst. Auch mein Leib gehört nicht mir selbst. Meine Leiblichkeit gehört nicht mir selbst, sondern sie gehört dem Herrn. Und deswegen soll ich mit meinem Leib meinen Herrn verherrlichen, ihm die Ehre geben. Und dann sagt er, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Hier sind mehrere Sachen erstaunlich. Das erste ist, dass in einer Zeit und auch in späteren Zeiten noch, und das ist das Krasse, über die Kirchengeschichte, so viele Jahre, so viele Jahrhunderte hinweg, wurde in Kirchen falsch gelehrt, wurde das Wort Gottes nicht rein gepredigt. Es war da, aber Menschen haben das Wort Gottes verdreht. Und Gott wird darüber Richter sein. So lange Zeit, auch in heidnischen Kulturen, ja die Pflicht der Frau steht fest, aber hier sagt Paulus von Anfang beide, es gilt für beide in gleicher Weise, da gibt es keinen Unterschied. Der Mann hat einen Wunsch, ein Begehren nach dem Einswerden mit seiner Frau. Aber die Frau hat es auch. Und jeder soll seinen Teil tun, für den anderen Dahn zu sein, ihm in Liebe zu dienen. Und dann sagt er in Vers 4 diesen krassen Satz, die Frau verfügt nicht über den eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Also, Sklaverei, oder? Ich gehöre nicht mir selbst, ich gehöre dem Herrn. Und wenn ich verheiratet bin, dann ist da auch noch ein Mensch, dem ich gehöre. Sollte sich jeder junge Mensch oder auch älterer Mensch, der mit dem Gedankenspiel zu heiraten, gut überlegen. Ja, ist wirklich so. Wenn du Single bist, gehörst du nur dem Herrn. Wenn du aber verheiratet bist, gehörst du dem Herrn und deinem Ehepartner. Aber was hier, wovon hier die Rede ist, ist sozusagen, das ist Teil der Ehe. Das ist auch unter christlichem Gesichtspunkt Teil, wesentlicher Bestandteil der Ehe. Es ist nämlich so, dass Gott uns diese Leiblichkeit gegeben hat und sie erfüllt sich in dem Einswerden in der Ehe. Und das ist gut und richtig so. Es ist sehr gut sogar, sagt Gott. Die zwei, die in Liebe eins werden, ein Fleisch werden. So, und jetzt gehen wir in Epheser 5 rein. Epheser 5, wir lesen mal Verse, die wir nicht so oft lesen. Vers 28, so sind auch die Männer schuldig, interessant, dass es hier über die Männer auch gesagt wird, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus, die Gemeinde. Hier steht ernährt und pflegt es. Also er führt ihm Nahrung zu. Jeder Mensch liebt sich so sehr selbst, dass er seinem Körper Nahrung zufügt. Und es gibt nur wenige Menschen, die psychisch so gestört sind, dass sie ihrem eigenen Körper keine Nahrung zuführen, bis sie tatsächlich sterben davon. Das Normale unter den Menschen ist, dass wir uns so sehr selbst lieben, dass wir uns immer Nahrung zufügen, dass wir zuführen, dass wir essen. Ja, und auch unser Bedürfnis nach Wärme, darum geht es hier eigentlich mit dem Pflegen, das Wort bedeutet eigentlich Wärmen, so wie ein Vogel auf seinem Nest sitzt und so eine Vogelmutter, so ein Vogelpapa setzt sich auf die Eier und wärmt sie. Füttern, das wird auch über die Eltern gesagt, die ihre Kinder mit Nahrung versorgen sollen und diese so pflegen sollen, mit Liebe, ja, ihnen all das geben, was sie brauchen. Und so sollen die Männer ihre Frauen, sie sollen sie füttern und sie sollen sie wärmen. Wisst ihr, so viele Männer, die denken, ich brauche eine Frau, ich brauche eine, die mich füttert und die mich wärmt und die für mein sexuelles Begehren da ist, weißt du. Aber es ist andersrum. Wenn du heiratest, dann sollst du eine Frau füttern, sie wärmen und ihr sexuelles Begehren erfüllen. So wird ein Schuh draus. Und als Frau, vice versa, genauso. Das ist Liebe. Es ist nicht, dass ich dann heirate und sage, okay, hier sind meine Rechte oder deine Pflichten, so sagen wir es natürlich, das sind hier deine Pflichten, hier erfüll mal deine Pflichten hier. Nein, so hat Gott sich das nicht gedacht. Paulus sagt zu jedem Ehepartner, er sagt, du erfülle die Pflichten an deinem Ehepartner. In der Ehesehsorge kommt einer und sagt, oh, hinsch meine Frau und dies und das oder mein Mann dies und das. Und wisst ihr, ich bin immer da ziemlich gemein. Wenn Eheleute irgendwie in die Ehesehsorge kommen, ich mache die immer fertig. Also nein, ich mache die natürlich nicht fertig. Nein, ich ermutige sie, ich tröste sie, ich stärke sie, ich versuche sie, aber ich fordere sie heraus. Ich sage nicht, oh, du Armer, deine Frau ist ja so böse. Oder zu dem Mann, zu der Frau, oh, du Arme, dein Mann ist ja so schlimm und so böse. Sondern ich sage, guck mal, wie sieht es bei dir aus? Gibst du dich hin? Wo kannst du deinem Ehepartner, wo enthältst du ihm das vor, was er eigentlich, was ihm eigentlich zusteht, was du ihm geben solltest? Und zwar nicht, weil er das haben will, sondern weil Gott es will, dass du es ihm gibst. Gott steht da drüber. Er sagt, du bist diesen Bund eingegangen. Du hast die Verantwortung, deine Pflichten zu erfüllen an deinem Ehepartner. Ihn zu füttern, ihm Gutes zu tun, dass es ihm gut geht, dass er Kraft hat, dass er Freude hat, dass es ihm gut geht. Du bist dafür verantwortlich. Wisst ihr, das ist sogar in unserer Rechtsprechung eingegangen. Da heißt es, die Ehegatten sind einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet. Sie tragen füreinander Verantwortung. Hört sich gut an, ne? In der Rechtsprechung an sich ist es dann so, dass da zwar eine Menge drüber geschrieben und darüber ausgelegt wird, was das alles beinhaltet. Im Endeffekt wird dann aber gesagt, naja, man kann das aber nicht einklagen. Weil das so schwierig ist. Und es ist ja auch bescheuert, wenn du dich dann anfängst, als Ehepaar vor Gericht zu treffen und sagst, aber der muss doch das und das machen und das macht er gar nicht. Ja, das ist, da halten sich die Gerichte lieber raus. Die werden erst dann aktiv, wenn es dann um die Scheidung geht. Ja, in unserer Rechtsprechung gibt es die Unterhaltsverpflichtung. Wir sind dazu verpflichtet, Unterhaltsverpflichtung, sogar in Trennung und nach der Scheidung teilweise auch noch. Je nachdem, wie das, wenn da Bedürftigkeit da ist. Also diese Dinge, die in der Rechtsvorschrift hier bei Mose geregelt werden, die sind grundlegend bis heute hin für uns, für das ganze Thema Ehe. Aber noch darüber hinaus gibt Paulus dem Ganzen einen tieferen geistlichen Sinn hier. Und das meinte ich vorhin. Er sagt, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Wie gesagt, wir gehören dem Herrn, wir sind Glieder seines Leibes und deswegen nährt und pflegt er uns. Erinnert ihr euch an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und das andere wird euch hinzu. Was ist das andere? Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Christus, unser Eheherr, hat versprochen, uns zu nähren, uns zu kleiden und er erfüllt diese Pflichten als Eheherr. Und darüber hinaus, Geschwister, Kommunion, Gemeinschaft, eheliche Gemeinschaft, diese Herzensvereinigung, er hat uns sein Mahl gegeben. Ich habe irgendwann mal gesagt, das ist wie so ein Kuss, den er uns hinterlassen hat. Die, die dem Herrn anhängen, sind ein Geist mit ihm. Und es ist gut, seine Augen zu schließen im Gebet, in der Anbetung, während des Abendmahls. Und manchmal lässt Gott uns das regelrecht spüren, seine Nähe, dass er in uns lebt. Dann ist es wirklich so, wie Mann und Frau, die eins werden und ein höchst beglückendes Erleben der innigen Vereinigung, Gemeinschaft miteinander haben. Ich hoffe, ihr könnt damit umgehen, wenn ich sowas sage. Nein, das ist es wirklich. Unser Herr liebt uns und wir lieben ihn. Und er möchte uns auch immer wieder Momente schenken, in denen diese tiefe, innige Liebe erlebbar, spürbar wird. Und klar, es kann das Abendmahl sein, es kann, wie gesagt, die Anbetung sein, es kann, vielleicht ist es aber so, dass du in der großen Gruppe das gar nicht so erleben kannst und willst und magst und dich gar nicht so öffnen kannst. Vielleicht musst du in dein stilles Kämmerlein dafür gehen, ins Gebet gehen, einfach mal eine Zeit des Gebetes mit Gott haben, mit deinem Herrn, um diese tiefe, innige Gemeinschaft zu leben und zu erleben. Ja, dafür muss man sich öffnen, dafür muss man sich Zeit nehmen. Dafür muss man sich vorbereiten vielleicht auch. Wie es auch in der sexuellen Begegnung zwischen Mann und Ehemann und Ehefrau ist. Eigentlich braucht es tiefe Hingabe zueinander. Paulus sagt, wie auch der Christus die Gemeinde, wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Und das ist es. Wenn wir das hier, das Abendmahl nehmen, dann ist es nicht nur eine persönliche Begegnung mit unserem Herrn, sondern wir sind zusammen seine Braut. Wir sind zusammen. Jeder einzelne von uns ist ein Glied an seinem Leib. Und er will sich uns hingeben. Er will uns nähren jetzt hier. Essen und trinken geben. Er will uns in seine Arme schließen, uns seine Wärme vermitteln, seine Zuneigung, sein Ja zu uns. Das ist es nämlich, das Abendmahl ist sein Ja zu uns. Ja, ich habe dich erwählt. Ich habe mich für dich hingegeben. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Du bist mein und ich bin dein ganz exklusiv. Lass uns das Abendmahl so feiern. Amen.